Gutes Zuspielen mit viel Übersicht. Cabani, Lavizzi, was für ein geiles Ding! Außen ist Platz, raffiniert, raffiniert, via und er schlenzt ihn rein! Langer Pass nach vorne, Ibrahimovic erhebt den Ball! Ja, riesig! Besser, besser kann man das nicht machen. Mit einer guten Aktion könnten sie vielleicht über die Seite gefährlich werden. Rooney schiebt ihn jetzt rein und er hat die nötige Ruhe und die nötige Klasse, um den zu machen. Schönes Anspiel da im Mittelfeld. Gutes Kombinationsspiel. Gomez und die Abwehr hier zu Statisten degradiert. Es gibt Eckbach. Oh, der ist drin! Er spielt den perfekten Pass zu seinem Mitspieler. Warcourt. Er versucht mit einem Lupfer. Wow, das gefällt den Fans! Ein Zuckerpass, genau durch die Mitte. Cavani. Eiskalt verwandelt. Er hat die Kugel erneut. Jetzt könnte es was werden. Exzellent macht er das, unser Strolch. Der Pass kommt durch. Mesut Özil. Was für ein Tor! Guter Lauf, noch bessere Ballkontrolle und ein wunderbarer Abschluss. Flacher Ball in die Mitte. Jetzt kann ihn keiner mehr aufhalten. Higuain. Ein super Tor! Drogba. Was für ein Hammer! Jetzt könnte es mal schnell gehen. Berbatov. Was ist da sein Löbel? Schöne Kombination. Kasano. Gute Schussposition. Und er knipst dieses Ding hier weg. Schöne Kombination. Jetzt geht's Eckstoß. Abwärts zu kurz. Paki Song. Den Ball hat er riesig gut getroffen. Oh, der war genial getreten. Jetzt ist Übersicht gefragt. Ibrahimovic. Der Ball ist im Netz. Bia. Silva. Das hat er geschickt gemacht. Ein super Tor! Das sieht nicht nur abseits aus. Xavi. Mensch, ist das abgeklärt. Er passt ihn zurück. Er legt ihn ab. Schweinsteiger! Er trümmert dieses Ding ins Tor. Gutes Zusammenspiel. Das ist ausgeklügeltes Teamwork. Schönes Passspiel. Und dann klasse abgeschlossen. Das kann alleine machen. Messi. Er versucht alleine. Und Tor! Einfach brillant. Was der Junge am Ball alles gab. Und Tor! Cristiano Ronaldo! Treffer versenkt! Wo wird er den jetzt wohl hinschicken? Voll an! Und er ist drin! Steckt den Ball durch! Saviola! Wahnsinn! Rudy! Sensationelle Technik! Und er schießt! Ein Traumtor! Spielt einen weiten Pass nach vorn. Spektakulärer Vollrückzieher! Ein Riesentor! Sprecher Rufe! Soll es, wir sehen uns mal, im Moment, haben wir es mal wieder aufgebaut. Komt ein. Saal! Sprecher Rufe! Er brauche! Besuch!